Meine Frage ist, was ist für dich der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn für dich? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Und ist es schlimm, das nicht zu wissen? Oder geht? Es geht. Es geht. Der Sinn des Lebens, weißt du. Es gibt doch diesen einen Spruch, wie lautet der? Ich glaube, es geht nicht darum, den Sinn des Lebens zu entdecken, sondern dem Leben einen Sinn zu geben. Weißt du? Ist nur so ein Spruch, ja? Aber ich finde, da steckt eine unheimliche Wahrheit drin, oder? Dem Leben einen Sinn zu geben. Und dem Leben einen Sinn zu geben, bedeutet ja, jeden Augenblick einen Sinn geben. Verstehst du? Du fühlst mich richtig heute, ne? Ja, es ist so. Es ist so. Was lässt dich lebendig fühlen? Was lässt dich lebendig fühlen? Weißt du? Wo verlierst du das Zeitgefühl? So. Wo denkst du, boah, krass, wo ist die Zeit hin? Heftig. Was könntest du den ganzen Tag machen? Finde diese Dinge, die dich lebendig fühlen lassen. Weißt du? Und ich versuche wirklich, 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 ja? Da sind wir wieder beim Augenblick oder bei der Gegenwart. Ich versuche wirklich, immer im Moment zu sein und zu schauen, was kann ich, wie kann ich etwas geben, ja? Wie kann ich dem Leben etwas mehr Sinn geben? Wie kann ich vielleicht diesen Menschen etwas mehr Liebe geben? Wie kann ich vielleicht diesem Moment etwas mehr Bedeutung geben? Nur darum geht's. Wie kann ich etwas mehr Bedeutung geben?